Ich bringe jetzt ein Lied für Konkretleser. Ein Lied, das ist gewidmet Wilhelm Reich, dem Erfinder des Orgasmus, sowie Tante Frieda und ganz besonders Ossi Kolle. Die Melodieführung ist ein wenig altdeutsch gehalten. Es ist also ein altdeutsches Volkslied. Wenn es das nicht wäre, würde es wahrscheinlich nicht durch die Sitte kommen. Wer dauernd mit derselben Pennt, wird sicherlich bald impotent, lehrt uns die Psychologie, lehrt uns die Psychologie. Von Freud und Reich haben wir es gelernt, wie man die Triebspannung entfernt. Durch Koetus und Onani, durch Koetus und Onani. Orgasmus ist ein schönes Wort. Orgasmus klingt von Ort zu Ort. In Kolles Wunderland, in Kolles Wunderland. Und find ich heut kein Mägdelein, so stellt sich doch Orgasmus ein. Durch meine flinke Hand, durch meine flinke Hand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017